Dr.Lib Hospital ist mehr als nur ein Patientenportal. Dr.Lib Hospital ist Ihre Lösung für eine digitale, ambulante und stationäre Patientenflusssteuerung. So entlasten Sie Ihr Personal und sorgen für gut vorbereitete PatientInnen und effiziente Prozesse in Ihrer Einrichtung. Eine zuweisende Praxis kann direkt digital eine Terminanfrage für einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus stellen. Auch PatientInnen können online rund um die Uhr selbstständig von zu Hause oder unterwegs Termine über verschiedene Geräte im Krankenhaus anfragen. Hierfür benötigte Dokumente wie der Einweisungsschein können ebenfalls direkt digital hochgeladen werden. Das Personal im Krankenhaus erhält in Echtzeit die Terminanfrage und kann diese prüfen und anschließend die Aufnahme und Operation im KISS planen. Der Patient bekommt automatisch eine Terminbestätigung per E-Mail mit allen notwendigen Informationen. Er hat jetzt die Möglichkeit, Dokumente, die vom Krankenhaus bereitgestellt wurden, zum Beispiel den Anamnesebogen vorab digital auszufüllen. Auch kann er Wahlleistungen online auswählen und hat über sein Patientenkonto bei Dr.Lib jederzeit Zugriff auf seine Dokumente und Daten. Das Krankenhaus wird über den Upload informiert und kann nach einer Prüfung der Dokumente die Daten automatisch ins KISS übertragen. Vor der stationären Aufnahme kann der Patient von zu Hause aus eine Videosprechstunde mit dem Arzt im Krankenhaus zur OP-Vorbesprechung durchführen. Da alle Dokumente bereits im Vorfeld hochgeladen und geprüft wurden, ist der Check-in am Empfang sowohl für den Patienten als auch für das Personal deutlich schneller und angenehmer. Über einen sicheren Messenger und die Benachrichtigungsfunktion kann das Personal wichtige Informationen mit dem Patienten teilen. Auch erhält der Patient eine Übersicht mit Informationen zum Krankenhaus wie Orientierungshilfen, seinem Behandlungsablauf sowie noch offenen To-dos. Nachdem die Behandlung beendet ist, informiert das Krankenhaus die nachgelagerten Leistungserbringer über den Verlauf des Krankenhausaufenthaltes. Mit dem Messenger kann sich das Krankenhauspersonal mit dem Praxisteam zum Patientenfall austauschen und Dokumente teilen. Der Patient kann über sein Doktor-Lib-Konto auch auf die Unterlagen aus dem stationären Aufenthalt zugreifen. Er kann sein digitales Patiententagebuch weiter ausfüllen, um zum Beispiel eventuelle Nebenwirkungen oder Symptome zu dokumentieren und mit den weiterbehandelnden ÄrztInnen zu besprechen. Doktor-Lib-Hospital ist ein vollumfängliches, KHZG-förderfähiges Patientenportal für Ihr Krankenhaus. Doktor-Lib steht Ihnen von Anfang an zur Seite und unterstützt Sie mit einem großen Projektteam bei der Umsetzung. Bei Bedarf können Sie Ihr Portal um viele Funktionen erweitern. Hierfür arbeitet Doktor-Lib mit verschiedenen Partnern eng zusammen. Zusammengefasst können Sie mit Doktor-Lib-Hospital die Effizienz und somit auch die Wirtschaftlichkeit Ihrer Einrichtung erhöhen. Gestalten Sie Ihre Prozesse digital und entlasten Sie so spürbar Ihr Personal. Steuern und pflegen Sie Ihr Zuweisernetzwerk digital und bieten Sie PatientInnen moderne digitale Services, zum Beispiel durch die proaktive Einbindung in die Terminplanung. Erhalten Sie mit Doktor-Lib einen Partner, der Sie vor, während und nach der Umsetzung bei der Digitalisierung Ihrer Prozesse begleitet. Viele Krankenhäuser in Deutschland setzen bereits auf Doktor-Lib-Hospital als starken Partner an Ihrer Seite. Werden auch Sie Teil davon.